Hallo, Querzeichen, Servus und Moin, wir sind Deichsack. Wir sind Batman. Oder heißt Bunsenbrenner auf Englisch wirklich Bunsenburner? Ich glaube nicht. Ey, ich war doch komplett drauf, oder? Komm komplett drauf, oder? Der wird niemals eignen, dass ich jetzt von hinten kann. Ey, echt jetzt? Was? Gleich kommt der Headshot. Gleich kommt der Headshot. Ja, kommt durch. Was ist der andere? 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 Hä? What? Der hieß Snack. Snack, sagt er, der sich eine halbe Minute hat beschießen lassen. Aber was wirst du machen gegen so einen super, tupper, drüber Hacker? Sind halt B**** Ja B**** Mit B**** und B**** solche B****, man sollte sie besser B**** Ihn B**** Herzlich Willkommen bei Black Color Reloaded Das B in Black steht für B**** Genau, das B in B**** Das B in BCR steht für B**** Jetzt hör auf zu schießen, nein. Ja, aber der hat eine A und eine 5-7, pass auf. Oh, ja. Der mag dich nicht. Jetzt hör auf! HAUF! Nimm die Arme! Nimm die Arme mit! Nimm die Arme mit! Ahhhh! Ich hab sie aber mitgenommen! Ja! Oh, 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 oh! Ein nach rechts zu daneben! Rechts daneben, rechts daneben! Rechts daneben! Rechts daneben! Innen drinne! Da muss ich jetzt nachladen! Ich hab vielleicht überhaupt nichts gesagt. Rechts daneben, rechts daneben! Innen drinne! Ahhhh! Innen drinne! Ja, 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 ja! Du, das war auch noch eine weile geht, ich bin noch nicht fertig mit meinem Eis. Stabts und B. Hier wird rumgestappt wie sonst was, aber... Ja, der gelbe. Nee, hier ist jemand. Noch mehr! Alle! Das ist der gelbe! Oh! Meine Damen und Herren, hier sehen wir Judas. Er war schon bei Jesus Zeit nicht grad der Hellste. Und auch nicht der beliebteste. Und auch hier macht er sich nicht sonderlich beliebt. Ja, meine Damen und Herren, wie wir gesehen haben, Judas ist einfach ein Verräter und wird ein Verräter bleiben. Fabi? Ja. Müssen die, glaub ich, paraten die Typen? Glaube auch. Das Problem ist, ich kann meinen Scoreboard nicht mal aufmachen. Ja, ist egal, du bist der erste Grad. Echt? Bin ich das wirklich? Ich kann's halt nicht sehen! Echt! irgendwie sehr wenig mentality Ministries! Loll! Aber, neis! Tschöp! Ey, derF formas tut schön! Gäst nicht. Was macht er denn? 가능ach! Piu! 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 Piiu! Piu! Ist und als Hongacağım Alter sind und wieder handeln. Alter, ich hab Lacks des Todes. Die schießen alle so! Bam! 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 Wer gibt mir mit der CZ? Ich dachte gerade, Judas tötet seinen Lee. Dann würde der Name aber passen. Oh, das war der, der sich angeschossen hat. Fuck you, du bist direkt dumm. Judas! Ah, Judas! Er könnte jetzt einen Ops haben. Er ist in unserer Spawn. Er könnte jetzt einen Ops haben, weil ich einfach verdammt bin. Und ich... ...und ich... ...und ich... ...und ich kann das Spiel nicht spielen. Was macht er? Herzlich willkommen, weil du spielst Dümmer. Ja. Jetzt schauen wir unseren Spieler... Weißt du? Sein Name ist halt auch nicht so schlecht gewählt. Weil genau... ...so wie er heißt, das denke ich mir, wenn ich ihm zusehen muss. Ja. Das ist eine Smoke. Das war keine... Wieso läuft der rein? Ja, Alter. Wie soll ich so spielen? Alter ist... Ich... ...und ich schieße dir... Ah, du bist so ein... Das ist unglaublich. Diese... Ich kann nicht mal den Chat öffnen! Ich hab meine Waffe weggeworfen. Ja, liebes CSGO, es war mir eine Ehre, du bist nur Scheiße.